...macht in der Euro-League, dazu aber auch dann zu viele kassiert, das ist natürlich nicht gut für uns. Spanulis, dass es über ihn gehen würde, war klar, dass er noch einen Dreier draus macht. Das ist aber nicht klar, er macht ihn trotzdem. Unterstreicht nochmal seine Klasse. Stefan Hamann wird hier nochmal geblockt mit diesem Notwurf zur Pause.